Wir nehmen euch mit auf eine kleine Exkursion. Die Future Pirates der Bleed Crew segelten seit Jahren auf ihrem Schiff der Helm Brechtsa durch ruhige Gewässer. Mit vollem Elan bezwangen sie jedes Ungeheuer, konnten immer mehr Handel mit den verrücktesten Menschen betreiben und brachten so die unvorstellbarsten Gegenstände aus ihren Abenteuerreisen mit, die sie allen Menschen in jedem Hafen zeigten und damit Handel treiben konnten. Plötzlich zog ein gewaltiger Sturm auf, mit dem die Bleed Crew auf hohem Gewässer nicht gerechnet hatte. Der Sturm schwemmte alle möglichen Ungeheuer an, die auch die Städte angegriffen. Ohne viele Schätze und verrückte Errungenschaften musste die Helm Brechtsa nun oft an felsigen Küsten ankern. Das führt zu plötzlichen Schäden am Bug. Viele Hafenstädte verlangen hohen Wegezoll und in den Städten herrscht Chaos, weshalb die Helm Brechtsa auch bei Ungeheuerwarnung hinaussegeln muss, um nicht alle Vorräte geraubt zu bekommen. Doch eines Tages lernten sie ein paar verrückte Personen kennen, die ihnen sagten, es gäbe eine sichere Bucht, in der sie einen Heimathafen errichten könnten. Wir brauchen nur wohlgesonnene und im Geiste verbundene Personen, die diesen Ort besiedeln und so unseren sicheren Heimathafen bilden können. Ein Hafen, in dem die Crew ein immer freies Bett findet und sich für neue Abenteuer erholen kann. Eine Gemeinschaft, die gespannt auf die Helm Brechtsa wartet und auf die Dinge, die sie beim nächsten Mal mit an Bord hat. Denn so müsste man nie mehr bei Ungeheuerwarnung oder stürmischem Wetter hinaussegeln und kann noch weiter reisen, um vielleicht mal eine kleine Flotte zu bilden, die in die sieben Weltmeere hinauszieht, auf der Suche nach besonderen Schätzen und noch verrückteren Dingen, die sie dann bei der Heimkehr freudig mit den Bewohnern des Heimathafens teilen können.